Du noch nicht, lass doch den machen, okay? Du, das ist voll der schöne Pferd. Na, comienzo, a las 2 de la tarde. Your attention, riders, the next class in this arena, Valencia, will start at 2 o'clock. Thank you. Warte. Jetzt gleich, oder? Jetzt kommen die letzten beiden. Ja. 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 Ja.